Ich kann als Christ im Unglauben mit Christus leben, mein Herz ihm gegenüber verhärten. Das hat übrigens auch sehr viel damit zu tun und das möchte ich kurz erwähnen. Ich möchte es so praktisch als möglich halten und die Probleme ansprechen, die wir heute haben oder die ich zumindest sehe, wie ich zum Beispiel die Bibel, die Schrift verstehe und auslege. Weißt du, dass Auslegung der Schrift nicht eine Sache der Theologie ist, sondern eine Sache des Charakters. Auslegung der Schrift ist nicht eine Sache oder nicht in erster Linie eine Sache der Theologie, sondern eine Sache des Charakters. Ich werde gleich sagen, was ich damit meine. Wenn ich etwas in der Bibel lese und das gefällt mir nicht, es ist mir zu eng oder wie immer, ich will aber Christus nicht abweisen, weil ich wieder in den Himmel komme, dann muss ich anfangen, die Bibel zu interpretieren. Das hat aber nichts mit Theologie zu tun, das hat einfach mit Charakter zu tun. Nehme ich Gott beim Wort oder nehme ich ihn eben nicht beim Wort? Ich möchte hier kurz etwas ansprechen, weil das ist sehr stark in unseren Gemeinden, glaube ich, der Unglaube. Wir haben uns verhärtet gegen das wahre Wort Gottes. Ich möchte etwas ansprechen, was oft Verwirrung stiftet. Es wird auch gefragt, muss ich die Bibel jetzt wörtlich nehmen oder ist die Bibel nur eine allgemeine Richtlinie, an der ich mich halbwegs halten soll, dann wird es mir besser gehen. Und es herrscht Verwirrung, weil sowohl Fundamentalisten als auch die Liberalen lesen die gleiche Bibel und beide legen es total gegenteilig aus. Das ist ja komisch, ich meine, wenn wir selber die Bibel lesen, sollten wir doch zu selben meinen kommen, nicht wahr? Aber dem ist nicht so. Nun magst du sagen, wer hat nun Recht? Die Fundamentalisten, die Liberalen, die Humanisten oder wer immer, welche Auslegung stimmt nun? Ich möchte euch eine kleine Hilfe geben, eine ganz praktische Hilfe für dich persönlich und dann kannst du viele von diesen Büchern vergessen, die geschrieben werden darüber, wie man die Bibel zu verstehen hat. Die Bibel ist nämlich relativ einfach zu verstehen, nämlich, sie ist genauso zu verstehen wie jede Kommunikation. Wenn ich mit dir jetzt spreche, mit Angela zum Beispiel, spreche ich, um sie zu verstehen, muss ich herausfinden, was meint sie. Sonst verstehe ich sie nicht. Ich darf sie nicht interpretieren, was könnte sie meinen. Nein, ich muss herausfinden, was sagt sie eigentlich. Ich möchte mir ein Beispiel helfen, das habe ich vor kurzem gehört, das hat mir gut geholfen. Nehmen wir mal an, meine Tochter Lisa, die ist zwar jetzt erst fast fünf Jahre alt, aber ein paar Jahre wird es soweit sein, aber meine Tochter Lisa und ihr Freund, die gehen an einem Abend während der Schulzeit auf eine Cola zum Landgraf, das ist ein Café auf der Hauptstraße, gell? Und ich sage zu Lisa, Lisa, du darfst ohne weiteres hingehen, aber du musst vor elf Uhr daheim sein. Wie würde sie das interpretieren? Du musst vor elf Uhr daheim sein. Das ist ziemlich klar, oder? Ich glaube schon. Was ich jetzt sage, das käme zwar nicht vor, aber stellen wir uns vor, das ist ja meine Tochter, gell? Stellen wir uns vor, es ist bereits 22.45 Uhr und die beiden, Lisa und ihr Freund, sitzen doch immer drüben im Café Landgraf und vergnügen sich. Sie haben nicht gerade Lust, jetzt schon nach Hause zu kommen, also bekommen sie auf einmal Probleme mit dem, was ich gesagt habe und beginnen es zu interpretieren. Und dann kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Sie sagen, Was er wohl wirklich gemeint hat, als er sagte, du musst vor elf Uhr daheim sein, Betonung auf du. Hat er das tatsächlich auf uns persönlich bezogen oder redet er vom Menschen im Allgemeinen? Hat er vielleicht gemeint, als allgemeine Regel gilt, dass man vor elf Uhr zu Hause sein sollte? Oder hat er nur die allgemeine Beobachtung in Worte gefasst, normalerweise ist man vor elf Uhr zu Hause? Er hat sich nicht sehr klar ausgedrückt, oder was meinst du? Und was hat er wohl gemeint, als er sagte, du musst vor elf Uhr daheim sein? Ein liebevoller Vater wäre doch nicht so unerbittlich und unflexibel, oder? Er hat das wahrscheinlich als Vorschlag gemeint. Ich weiß ja, dass er mich liebt, also will er doch bestimmt, dass es mir gut geht, oder? Und wenn ich gerade viel Spaß habe, dann will er bestimmt nicht, dass ich an dem Abend schon so früh ein Ende setze. Und was hat er gemeint, als er sagte, du musst vor elf Uhr daheim sein? Meint er das wörtlich? Außerdem hat er nicht klar gesagt, ob er elf Uhr abends oder morgens meint. Er hat auch nicht deutlich gesagt, ob er von der zentralen Standardzeit oder von der pazifischen Zeit auskommt. Schließlich ist in Honolulu erst Viertel vor sieben. Und überhaupt, wenn man die Sache recht betrachtet, so ist es ja immer vor elf. Egal wie viel Uhr es ist, es ist ja immer vor der nächsten elf. Und was hat er wohl gemeint, als er sagte, du musst vor elf Uhr daheim sein? Er hat nicht klar gemacht, wessen Heim er eigentlich meint. Das könnte ja überall sein. Vielleicht hat er bildlich gesprochen. Denken wir nur an das alte Sprichwort, mein Heim ist, wo mein Herz ist. Mein Herz ist hier im Café Landgraf. Das heißt also, dass ich eigentlich schon daheim bin. Ja, mit all diesen Unklarheiten können wir wirklich nicht sicher sein, was er überhaupt sagen wollte. Wenn er sich schon nicht klar ausdrücken kann, dann kann er uns auch nicht dafür verantwortlich machen. Wisst ihr, man lacht darüber, aber wisst ihr, das ist genau das, was wir mit dem Wort Gottes tun. Genau das! Unsere Motive können die Art, wie wir die Worte interpretieren, die können sie total verfärben. Darum habe ich gesagt, Auslegung der Bibel ist in erster Linie Charaktersache, nicht eine Sache der Theologie. Gott spricht relativ klar. Und wenn man anfängt, diese Sachen zu interpretieren, das hat überhaupt nichts mit Theologie zu tun. Das ist Unglaube und Verhärtung gegen das Wort Gottes. Ich predige mehr als die halben Sonntage im Jahr in irgendeiner Kirche. In vielen verschiedenen Kirchen. Und jeden Sonntag begegne ich Menschen, die äußerlich erwachsen sind, aber innerlich immer noch Kinder, was den Glauben anbelangt. Nicht, weil sie nicht fähig werden, sondern weil sie träge und gleichgültig geworden sind dem Wort Gottes gegenüber. Und es ist auch interessant, wenn man das Wort Gottes dann so wie Gott es geschrieben hat, ganz klar und deutlich predigt, nehmen sie Anstoß daran. Es gibt einige, die sind mir gegenüber nicht mehr sehr offen, auch in dieser Gemeinde. Wenn die mich treffen, sie versuchen dauernd, mir Schuldgefühle zu geben, was ich letzten Sonntag in der Kirche wieder gesagt habe. Aber was mir am meisten leidtut, ist, dass sie nicht willig sind, mir vom Wort Gottes zu zeigen, dass das, was ich gesagt habe, nicht Wort Gottes ist. Das ist nicht mehr der Maßstab. Aber wo haben wir unseren Maßstab? Sie stützen sich lieber auf ihre persönlichen Erlebnisse und auf psychologische Erkenntnisse, aber nicht mehr auf dem Wort Gottes.